So, weiter geht's mit einer weiteren kraftvollen Schweizer Band, ein Quintett, das aus der ganzen Schweiz kommt. Saxophonist kommt aus Zürich, aber diese Band Gags existiert seit 5, 6 Jahren und ist eine der beständigen jungen Gruppen. Christoph Irniger, Saxophonist, nennt seine Gruppe Pilgrim. So, welcome to another Swiss act, which is Christoph Irniger's Pilgrim. He's from Zurich, saxophone player, but you'll see the guitar player that you just saw on Schlachthof, and you might wonder how he can be here already. Here's Christoph Irniger's Pilgrim. think of a family noted in Wheat, herself, ranked 1st, 8th. Noch pentivt as If I had the guitar player, lassternede ich neuenwer Zürich? Fourth spendstQUARE ahora is Onlykillberg. Amtivt, douche Hausseg comunic Gucci, Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020